Jau Leute, was geht ab? Hier ist euer KahnCrafter und heute gibt es eine Runde Survival Games zusammen mit Surmwaffel und Fricks. Du wusst jetzt nicht genau, wann ich Hallo sagen soll, aber hey. Surmwaffel und Fricks sind Sturmwaffel und Freaks RP. Da war gerade einer von euch. Warte? Okay, cram, cram. Okay, ich bin bei Surm, ich bin bei Surm. Warte, warte. Warte, ich muss meinen alten nicht nehmen. Ach so, okay. Ich bin Fricks, ich bin Fricks. Okay. Du bist Fricks, ey. Oh nein, also ich bin mittendrin und hab nix und alle Leute können mich klatschen. Komm auf die Bäume. Ja genau, Baumkronentanz. Seid ihr da in der Mitte noch oder wie? Ja genau, wir tanzen gerade auf den Baumkronen rum. Okay, komm, habt ihr was für mich? Ich hab ne Holzachs. Ja, ich hab auch ne Holzachs. Aber habt ihr keine zweite Holzachs für mich? Nee. Doch, doch, für dich hab ich eine. Ach geil, Alter, okay. Oh, da hinten ist... Also ich hüpfe gerade Richtung Casino. Weißt du wo das ist? Hier. Casino? Was für Casino? Oder das rote große Boot. Ich kann schauen, aber ich seh noch nix. Ich bin aber auch auf dem Baumkronen jetzt. Ach du Scheiße. Oh Gott. Also der einzige Weg im Prinzip über die Baumkronen, den du da weißt übers Festland. Also sonst muss man ja immer ins Wasser. Aber es gibt doch einen Weg, wo du nur übers Festland gehen kannst. Ich muss irgendwie wieder auf die Baumkronen hoch. Scheiße. Ich bin runtergefahren. Tom, der steht vor mir und schlägt dich. Nein, Alter. Ich will sich mal die Baumkronen runterholen. Oh Gott. Nein. Nein, fuck. Nein. Was? Oh fuck. Nein, 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 nein. Diese. Na alter Vater. Nein, du bockst den jetzt nicht. Nein. Ich bin am Casino wie gesagt. Da sind meistens keine Leute. Da kann man sich gut equippen. Bist der Typ. Das ist so an dem Jahrmarkt. Kennst du den? Mit der Schiffsschaukel? Schiffsschaukel. Sag dir das was? Schiffsschaukel kenne ich. Aber ist da auch so ein Karussell? Ja, genau. So ein Riesenrad. Aber da muss man doch auch durchladen. Über Lilliferts halt, ne? Ja, je nachdem. Viele Wege führen nach oben so. Ich probiere mal herzukommen, Alter. Ja, klar. Jetzt hast du sie eingebrockt, ey. Wenn das nicht kommt, ey. Dislike. Ich lauf jetzt mal über die Lillipads. Sind die immer noch hinter mir? Ne, zum Glück. Abgehängt, ey. Du kommst da? Wow. Oh, das sind aber nicht meine Lillipads. Komm mal zum Riesenrad, zum Karussell. Ich komm sofort. Oh, da vorne ist da noch ein Kran, oder? Guck mal, da geht er. Da muss ich ja drauf jetzt hier. Ich bin doch Cran Crafter, Alter. Stimmt, du bist Cran, aber mir zählt. Cran Crafter, Alter. Cran Crafter. Die ganzen Mongos, die es nicht aussprechen können. Wow, Alter, der Mikrofon. Dein Mikrofon brennt an. Wow, wow, wow. Dein Mikrofon brennt an. Was bitte? Dein Mikrofon brennt an. Ist dein Kabel nicht richtig drin? Irgendwas ist mit deinem Kabel. Chill, 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 chill. Jetzt ist es okay. Jetzt ist es okay? Ja. Alter, was war das? Der Mikrofon hat gebrannt. Der Mikrofon hat gebrannt. Alter. Oh, scheiße. Ich hab mir das nicht aufgenommen. Ich hab mir eh gehört, oder? Ja, das wäre so witzig. Auf jeden Fall. Als ihr original angehört habt, wird es gerade bei dir voll anfangen zu stürmen. Ey, ich bin jetzt am Riesenrad. Wo seid ihr denn? Ich komm auch, ich komm auch. Ich bin am Casino. Also wie gesagt, ich bin vor der Schiffsschaukel. Ach so, du bist, ach so, am Casino. Ja, okay. Freaks, Freaks, du musst mich hinführen. Ich hab noch gar nichts. Warte, wo bist du denn? Aber ihr seht, hier steht eindeutig das Gameplay im Vordergrund und nicht die Unterhaltung. Ich bleibe hier rum mit zwei Stöcken, einem TNT und ein bisschen was zu essen. Warte, bist du denn? Ah, hier, hallo. Smurf Waffel. Was, was? Smurf Waffel. Smurf Waffel, Alter. Warte mal, hä, warte, wie kommt man denn von hier aus zum Casino? Ich glaube hier lang, oder? Ist hier? Wo seid ihr? Ich bin, wir sind immer noch bei dem Ding. Alter. Ich hab nichts gemacht. Bei dem, äh, bei dem Riesenrad. Ich bin, ich bin mir gar nicht mehr sicher, wo, hier ist ein Kran. Das ist ein Riesenrad. Oh, ich, ich glaube ich weiß, wo ich lang muss. Eine Sekunde mal. Warte mal. Da haben wir so große Töne gespuckt, die ja der Jahrmarkt, da wo auch das Riesenrad ist und so, ne? Da, da ist ein Riesenrad. Oh Gott, hey, drehe dich oben rein. Ach du Scheiße, ich bin schon weg hier. Lass uns hier entlang laufen, ab zum Kran. Oh Gott. Ja, ey, der Kran hilft uns schon. Obwohl Kran, äh, Kran Crafter ist ja hier. Stimmt. Kran Crafter. Oh Gott. Alter, der Pro-Gamer Kran Crafter kommt jetzt zurück. Eine, eine Sekunde. Ich bin sofort wieder da. Wow. Alter, wer ist da? Warte, warte, warte. Alter, da sind auch zwei, oder? Warte mal. Jetzt ist er auch am Verhalten. Soll ich auf den drauf gehen? Okay. Ja, wir schlagen ihn einfach. Mit der Hand. Fuck. Alter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warte, der hat eh nichts. Der hat eh nichts. Ah, tot. Alter, geil. So. Oh, jetzt habe ich auch so ein Ding. Hinter uns ist einer mit Feuerzeug. Warte, okay. Ja, warte. Ach, ich komme hoch. Oh Gott, Alter. Wow, lass dich nicht killen. Ne, ich habe ihn killen. Ah, okay, nice. So, ich hätte, wenn ich euch auf jeden Fall finden würde, ein bisschen Iron Sachen dabei. Warte, warte, warte. Komm, hier. Hier, ein bisschen Gold, Kram. Da, bitteschön. Danke, danke. Brauchst du was zu essen? Ich habe... Okay, super. Also, ihr seid noch am Riesenrad oder wo seid ihr jetzt gerade? Ähm, wir sind beim Kran. Wo bist du? Da vorne ist der Name. Ich bin bei dem Wasserrutschen jetzt gerade. Der Typ? Okay. Ja, okay. Rauf da. Bin's Wasser. Oh, Wasserkampf. Ich hasse dich. Big Face ist hier doch. Big Face xxxx, Alter. Wow, ey. Jump in one action da. Wuh, Alter, ich habe auch voll Angst, dass ich jetzt irgendwie runterfalle. Oh, warte, ich muss auch irgendwie über die Lidipads. Okay, jetzt bin ich aufgeschlippt. Big Face, du Huren. Oh, komm her. Warte, booste mich mal. Kannst du mich boosten? Mitte könnte ich auch hinkommen. Ich habe da nichts zu boosten. Ach, verdammt. Ey, ich... Ist euch mal aufgefallen, dass ich hier so mega aufräume? Ich habe jetzt schon so acht Leute getötet. Echt? Das ist... Das ist... Ich stelle da einfach gar nicht auf. Mega am Namen, ne? Das macht mich so ein bisschen... Also, ansonsten bist du so voll der Bob, aber mit dem Namen gar nicht. Ja, danke. Boah. Ey. Big Face, komm her, Alter. Muss nicht. Also, okay. Ich mach mich jetzt auf jeden Fall auf dem Weg in die Mitte, ne? Warte, ich schlag dich so voll dran vorbeigeschlagen. Ne, das war voll gut. Jetzt konnten wir eben so... Ja, ja. Oh. Ich... Komm. Dust mich? Ja, ja, warte. Warte, warte, warte. Oh, ich muss auf dich... Scheiße, ich muss nicht treffen. Werft irgendwas auf mich. Irgendeinen Stopp oder so. Werft einen Stopp auf mich. Warte, ich hab... Wer... Nein, werft das. Ich will... Ja, danke. Bitteschön. Wir haben hier voll viel Spaß und... Ja, ich merk das schon. Ich bin richtig traurig, Alter. Aber es liegt auch am Namen, weißt du? Immer so einsam, so ein... So ein... So ein... Alter, jetzt... Jetzt auf einmal packt er sein Schwert aus hier. Nix, ey. Sehr nice. Sehr nice. Okay, lass mal... Ich wär jetzt in der Mitte, ey. Okay, in der Mitte, warte. Du bist in der Mitte? Warte, da müssen wir da rüberlaufen, hier. Okay, ja. Ja, ich kenn mich aus wie meine Hosentasche hier. Nimm mit ihm... Hosentasche. Okay, ich werd gerade richtig krass gebätzt von einem. Da... Oh, scheiße. Okay, wir gehen doch nicht dahin. Also, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Der Typ... Der Typ ist fast tot. Gehen wir dahin? Er hat aber so ne richtig krass verzauerte Wasser. Okay, wir... Wir probieren's. Wir schaffen das. Das ist jetzt so lustig, ich mach daraus einfach ne Yolo-Runde jetzt. Ja, das wird jetzt einfach ne Yolo-Runde. Warte, ich boost dich im Water. Und ich war die ganze Zeit weg und bin gestorben. So ne Scheiße. Lass uns einfach mal in Gedenken an den echten Cran. Oh, hier kommen wir jetzt so hoch. Hier, warte. In Gedenken. In Gedenken. Wir nennen uns jetzt Sormi und Sormwaffe. Ach, du hast ja schon so. Wir müssen uns Cran nennen, oder? Ja, Cran. Warte. In Gedenken an Cran, ey. Einfach nur Cran? So? Ja. Okay, geil. Oh, Junge, wie nice. Warte, ich muss auch groß machen. Cran, Alter. Cran und Cran, Alter. In Gedenken General Error heißt, dass ich mich, äh, dass du schon so heißt. Ja. Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! What the fuck? Nicht hins! Das war richtig kaputt, Bachelors! Wir kommen da nur 2 Holzex Crane, Goldrüstung, der klatscht uns zu Tode! In beiden Cran's geslade, Alter ei. Das war auch der Typ, der mich getötet hat, ne? Nur mal so, nur nebenbei. Ja, das war genau der gleiche Typ. Jax, Alter, der ist nicht der größte Cran-Fan, muss man sagen. Axon Jackson. Stimmt, der hat drei Cran-Fan getötet. Ja, richtig heftiger Typ. Hey, hattet ihn! Sucht deinen Kanal und hattet ihn! Wollen wir einfach ganz asozial noch in eine Runde Murmeltier-Games oder so gehen und die drei Team gewinnen? Ja, komm, ey. Okay, ich guck mal, ob irgendwo was frei ist. Äh, uah. Cran. Wir nennen uns dann irgendwie alle Cran, okay? Ja, warte, das schaffen wir noch nicht, oder? Das wird kein Murmeltier-Games. Oder? Sicher? Doch, 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 doch. Hier, Murmeltier-Games, einmal roten. Warte mal, hier, wie nennen wir uns alle? Cran? Murmeltier. Okay, Cran. Ähm. Bitte? Force Map Murm... Scheiße, jetzt ist Lost Switch geworden. Jetzt kann ich aber nichts mehr ändern. Fuck! Egal, wir gehen nochmal kurz raus, oder? Ja. Weil die anderen Karten dauern so lange. 24-15. Ah, das nicht mal, das nicht mal. 24-20? Komm nicht rein, komm nicht rein. 24-20 ist Murmeltier-Games. 24-23, da kannst du's machen, oder? Okay, hier kann ich's auch machen. Wo, wo, bitte? Äh, 24-20. Okay. Okay, komm mal. Force Map Murm... Okay, okay. Cran ist da, Alter, mit der, mit der, mit der 4 als A. Schreibt man das so? Ah, du hast die Klein-Cran. Ah, super, geil. Ne, ich bin der Klein-Cran. Ja, ich heiß Klein-Cran. Oh, chillig, Alter. Richtige Cran. Warte, oder? Ne, ich bin Groß-Cran. Richtig nice. Hahaha. Okay, der Ältep von den Crans, der in der Landschaft ist der Wabe. Hoffentlich ist noch niemand. Warte, achso. Warte, warte, warte. Jetzt bin ich noch gar nicht da, Alter. Ja, natürlich, du hast jetzt wieder angefangen, ey. Du machst das richtig unfair hier, die ganze Zeit. Ist mir nur schlussig. Ja. Ja. Nein, Spaß. Äh. Ah. Okay, ja, ich bin oben. Älter Vater, ey. Ah, ich hab's geschafft, okay. Wow. Oh, da haben die anderen Crans. Oh, wir haben alle Crans. Der eine Crane ist runtergefallen, ey. Wer ist CR4N? Natürlich der Babo-Cran. Oh, 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 oh. Wollen wir schon wieder warm für das Deathmatch hier? Komm, wir springen runter und machen den Parkour nochmal. Okay, komm. Scheiße. Komm, los. Oh Gott, nein. Oh, ich hab auch den ersten verkackt. Oh, der erste Sprung ist so schwierig. Fuck. Wow. Alter, ich schaff den ersten Sprung gar nicht mehr. Ja, komm. Da überholt er ihn, ja, da überholt er ihn. Jetzt erstmal auf Sicherheit. Okay, ich guck einfach nicht nach oben und dann gibt's keine Beweise. Hast du's geschafft? Äh, ja. Oh. Ja, ja. Da ist das Ding, da ist das Ding. Da ist das Ding. Scheiße, oh, da sind wir ja schon auf der Web, wa? Ja, ist so. Oh, ist so. Haha. Haha. Ich war doch kein Gerät, wa? Hahaha. Was denkst ihr denn? Also, was machen wir? Wollen wir uns irgendwo treffen? Bei diesem kleinen Tempel, ja? Wo die Schlucht ist? Oh, ja, okay. Ja, genau. Wenn ich die Richtung finde, dann gehe ich. Okay, erstmal in die Mitte, okay? Und? Und direkt Steinschwert, Alter. Läuft, ey. Direkt Steinschwert. Ähm, ich hab noch für irgendwen ein Goldschwert. Ich? Ich? Warte, wo bist du denn? Ich bin Cran. Cran. Ich bin Cran. Hi Cran, ich bin hinter den Cran. Ja, ich bin auch Cran da. Was geht ab Cran? Warte, wo seid ihr denn? Eigentlich. Ich bin grad hier rausgelaufen. Okay, ich renne hier grad um die Ecke. Oh Gott, ich hab so gesehen, ich hab noch kein Schwert. Scheiße. Ja, warte, komm den Berg hoch, ich bin auch da. Okay, warte. Oh, ich sehe den Berg da den einen, oder die? Okay, ich geh grad, ich räume hier grad erstmal von hinten auf die People, leider. Genau den. Hahaha. Die ganze Karte ist ungefähr so ein Tal, das ist jetzt außenrum überall Berg. Aber, ey. Aber komm, auf den Berg. Okay, ich bin auf den Berg. Alter, wo seid ihr denn? Nee, du bist nicht auf dem Berg, Alter. Doch. Ich glaub, wir müssen uns mal einig werden, was denn Berg ist hier und was nicht. So, warte. Ja, Alter, ey. Zwei Leute schon gekillt, ey. Läuft. Ich hab noch gar nichts mal wieder. Ich fehl hier voll ab, aber es ist lustig. Wo seid ihr eigentlich? Ja, warte, warte. Hier, hier, hier. Ah, sehr geil. Okay, hier ist einer. Sehr, sehr geil. Der hätte auf jeden Fall verstanden, wo der Berg ist. Warte, bei dem Tempel auf dem Berg. Warte mal, wer ist denn da? Da ist irgendwer drin. Warte, kurzer Name. Das könnte vielleicht Quern sein. Nee, doch nicht, oder? Nee, ich bin auf dem Brunnen. Nee, das ist Hutl. Hutl irgendwas. Ach, den Tempel meint ihr. Ja, ja, genau. Auf dem, auf dem Berg. Dann bin ich behindert. Ja, komm mal gleich. Hier, guck mal da unten, da chillt er. Willst du runter gehen? Nö. Warte mal, hab ich überhaupt... Ich hab natürlich keine Pfeile, Alter. Leute, ich hab heute einen mit der Hand geboxt, Alter. So. Sehr geil, ey. Sehr, sehr geile Sache. Oh mein Gott, jetzt werde ich verfolgt. Ich hab gerade... Oh nein, 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 nein. Ach, warte, warte, warte. Wo bist du denn in welchem Wasser? Hey, in dem Wasser beim Bergmann. Okay, in dem? Beim Bergmann. Beim Bergmann, ey. Und so kam Bergmann auf seinen Namen. Warte, hier, da unten ist jemand. Da unten ist jemand. Da, hau drauf da. Wow. So, Alter. Wo bist du, wo bist du? Ah, da. Geile Rüstung, Alter. So, hier, wer, wer will haben? Hier, bitteschön, bitteschön. Da was, da was, da was. Da. Alles komplett hier, da. Keine Ahnung, hier das, kannst du auch noch haben. Der beste Müll. Oh, ja. Nice. Okay, jetzt haben wir so gut wie gewonnen. So gut, Alter. Hä, warte mal, du hast doch... Hier. Mega-Joker. Hier, da. Immer dein, dein, dein Goldharnisch auf, ey. Wer zieht die Namen? Hui. So einen Scheiß frage ich nicht, Alter. Gold trage ich nicht, ey. Gucci und Louis V trage ich, ne? Oh, echt? Sagen, dass die Kids heute so Louis V? Hey, sagst du was nicht? Ne? Sagst du nicht so, ich bezahle meine Louis Vs mit meiner PayZ. Hab ich auch letztens gelernt. Der PayZ, Alter. Kann man hier runter? Schlägst du mich jetzt? War so klar, dass du mich schlägst, du bist so ein Penner, ey. Wollen wir mal einen Lavabard nehmen? Wollen wir mal einen Lavabard nehmen? Wollen wir mal so Goodbye Cruel World-mäßig? Einfach hier. Waaah! Und dann zurückangeln. Oh, ich hab's gehört. Was? Das wär voll die coole Abkürzung. Da unten ist er. Hier. Cran, willst du runterjumpen? Ne, nicht so. Ich versteh nicht. Ah! Heilige Muttergottes, Alter, ey. Also nochmal zu erklären. Das hier ist der liebe Sturmwaffel. Und der andere Cran ohne 4 ist der Freaks AP. Beide Links in der Beschreibung checkt die direkt mal aus, lustige Typen. Und ja, ich hab 16 Kartoffeln und sonst nichts zu essen. Alter, jetzt gehen wir alle 3 auf 1. Die haben wir mal gemacht. Hahaha! Das ist so asozial einfach. Das ist so die asozialste Runde aller Zeiten, ne? Asi-Runde! Ich hab, ich crafte jetzt, ich mach hier richtig ressourcensparend, crafte ich jetzt 2 komplett ganze Gold-Leggings in eine. Ich geh schon mal zum Typen, ne? Hier, so. Oh, hier. Hier haben wir noch. Ich klatsch ihn jetzt einfach schon mal. Oh, er hat ein eisen Schwert, er hat ein eisen Schwert! Lass dich von ihm fehlen. Äh, nein. Lass dich. Ich hab ihn, ich hab ihn. Ich hab nur noch ein halbes Herz. Also wir sind direkt auf ihn, okay? Was? Ihr könnt mich mal, der ist tot. Wir team, wir team. Nein, wir team. Ah, ich hab meinen Bogen weggeworfen. Hahaha! Fuck! Wo ist mein Bogen? Ich hab meinen Bogen weggeworfen. Wo ist der? Nein! Was, du hast dir weggeworfen? Du hast jetzt nicht wirklich deinen Bogen weggeworfen. Ich hab ihn wieder. Achso. Okay. Oh Mann, Alter, ey. So, jetzt geht's ab, Alter. Einfach irgendwie, ey. Okay, jeder gegen jeden? Ja, einfach irgendwie rauf, da. Alter. Oh, wie relaxed, ey. Warum denn wieder beide auf mich? Ihr könnt mich mal. Ihr seid so richtige, dreckige Menschen, Alter. Richtig widerlich. Du fang ihn, Alter. Nix! Hahaha! Alter, mal ne Sprint-Taste! Oh! Friss Grant! Friss selber! Immer dieser Hacker! Immer dieser Hacker! Wow! 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 Nix, ey! Einer weg, einer weg, einer weg! Okay, fair! Wer ist das noch? Fair! Ach, fair! Komm her, ey! So! Vor allem der eine schreibt, ihr Hack, ihr seid Hacker! Wir sind Hacker! Wir sind Hacker, ja! Geil, ey! Hey, hallo! Wir sind Hacker, ja! Hacker live in der Aufnahme! Ich hab vergessen, den Hack-Client auszuschalten! Ah, stimmt! Ach, das ist ja doof, ey! Ach, sorry, okay! Sie sind YouTuber, schreibt der Weiler! Ich bin nochmal kurz umbenannt, das ist richtig! Keine Hacker! Hast du nicht so genannt? Ja! Nein! Okay, also wie gesagt, checkt die beiden Jungs aus! Lustige Typen! Und ja, wir sehen uns irgendwann mal wieder, morgen wahrscheinlich! Und ja, ciao! Tschüss! 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 Tschüss!